Nee, nicht bald. Ich hab schon seit Ewigkeiten 97, ne 96, vor kurzem hab ich noch 97, ich hab noch 96. Ist eh irrelevant. Bin bald obdachlos, dann passt die so. Ja, nicht bald, aber. Ja, das wird eh nie irgendwas mit 100. So ähnlich wie die 1000 auf YouTube häng ich auch schon ewig. Äh, jetzt 15 bis 18 und ich brauch ein Stück zwei Dinge. So, wo kommt denn das rein? Auf die vierte Stelle? Ja, das kann man einfach... Nee, kann ich nicht. Habe ich inzwischen einen Stückler erforscht? Nee, den hab ich noch gar nicht angefangen, sehr gut. Ich hab diesen Punkt eigentlich nicht ausgegeben. Sagen wir mal ausgeben so. Ach, bitt mich doch. Okay, kein Problem nicht. Ähm, das muss auf... Vier bis acht, das heißt, wir gehen jetzt einmal um drei Runde. Irgendwie soll ich den streamen, wenn ich obdachlos bin. Das ist ja Unsinn. Guck mal, warte mal. Wir haben ja gar kein Ende, da nix. Ich hab' den Level, der Scheiß zusammen. So, wenn ich das hier... Ich muss das auf Position drei bringen. Äh, das ist beides zweimal schütteln. Ich war schon dauernd ewig in drei Jahre, wenn ich hier bankrott gehe. Sehr gut. Mmmh, nein, das dauert nicht heute noch. Aber das dauert noch viel zu lang. Ich mach' Gewinn, aber nicht genug. Okay, was ist das Teuerste? Ich bin richtig vier. Wer soll? Wie soll ich denn darauf zugreifen? In der Prowelt ja nicht lange, so. Perfekt, äh. Das Zardo braucht kein Mensch. Das andere kann ich mir aber nicht leisten. Shhh. Okay, ähm. Schütteln. Naaaa. Jetzt schulde den nochmal und dann müsste alles... Perfekt. Jetzt misch' ich das. Perfekt, jetzt misch' ich das. Äh... Ich muss noch gucken, dass das richtig gemischt wird. Ach, perfekt. Dann muss ich nochmal um drei hoch... glaub' ich... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...ja genau. Wie bezahlt man denn, wenn man opfraglos ist, irgendwas? Man hat doch dann kein Geld. Sonst wär' man ja nicht opfraglos. So, wie lohnt sich der Aufwand hier überhaupt wahrscheinlich so gar nicht. Ah, doch, doch, doch. Äh, das ist aktiv bei 15, 11, 12, 18, das heißt, die muss jetzt einmal um drei runter. Dann ist die Frage auch, wie viel gehen wir denn da runter, genau. Schnell bevor ich beim Kopf gehe. Ne. Okay. Die Salben mischen. Scheiße. Äh... Es sind 200. Perfekt. Mehr Kredite aufnehmen. Was soll schon schiefgehen? Ich gehe gleich bleibe. Komm. Etwas. Einmal mal ein aktiver, weil wir kommen noch zu der Geld. Hallo. Sehr gut. Ich will bald 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 gehen. Hmm. Ich lasse den Typen mal, den kann ich grad nicht hinterlassen Scheiße Oh wow, das Medikament lohnt sich glaube ich so richtig Eigentlich brauchbar das Medikament gefunden Äh, kalt hast du Rückzahlen, ja perfekt Machen wir noch ein bisschen mehr Plus in den Monat Ich hab noch einen Punkt zum Ausgeben Das wird eng 1500, Junge Das wird eng Aber hey, immerhin schon mal anfangen Kombinierwert, im Moment, das ist ja der Kombinierwert Ich hab ja schon die Hälfte geschafft So, wenn es einfach so geht, zurückzahlen, nein, immer noch nicht Ach komm Wer ist schuld, Delfinio Ich klinge, da können wir uns einfach drauf einigen, dass Delfinio ein Problem ist Nun kommen sie Kommen sie doch Danke So, jetzt muss ich wieder Leute einstellen Ach, das ist ein Kreuz Spiele spielen lohnt sich aber nicht Ich mal demnächst nur noch Das ist die einzige Sinnvolle Betätigung Wow, ich spekuliere nicht mit wertlosen Dingen Ich kann hier nur wagen Hm Ja, das ist übrigens geboren Ich hätte es auch dahinten mit reinleiten können Brauche ich nicht gemacht, wie ich mit Blut bin Ja, dafür brauche ich jetzt vier Also ich stelle noch einen ein Ähm Nur noch ein Punkt Mal wieder Minus Was soll denn das? Warum mache ich denn schon wieder Minus? Heißt ihr denn die Minus? Hallo Wer ist überhaupt Medikamente? Ich habe auch keine Aktien im Sklavenhandel Deswegen ist es trotzdem kein Problem Ich wollte immer noch die 5 Orte, die mir jeden Monat geben Wenn es Aber es war ja auch gelogen Der Fino lügt einen da immer an Das ist unglaublich Lügerig ist der Das ist der Wahnsinn Ja, ja Die Lüge hast du schon gesagt Dass du mir irgendwann 5 Euro monatlich zahlst Natürlich habe ich kein Wallet Kein geistig gesunder Mensch hat so einen Müll Es sei denn, dass die Bitcoin solche wieder stirbt Aber das wird sie wahrscheinlich nicht tun Hm Jetzt haben wir den ganzen Blockchain am besten Das wäre toll Warum hat er so wenig Plus? Ich habe immer noch einen gelassen Wie soll ich denn da jetzt 5? Moment mal was? Hä? 5? Ich hatte auch nur 3 Wie soll ich da jetzt 5 stehen? Moment was? Nein Das wollte ich jetzt nicht Ich habe 5 Warum auch immer Aber ich koste nur 100 am Tag Jetzt hat der Spiegel glitscht Warte mal kurz Jetzt habe ich nur noch einen Was? Hä? Was? Was auch immer Was auch immer Was auch immer Du passt schon Vielleicht Ich weiß es nicht Aber es geht hier schon wieder vor sich Hm Meister wird wohl nichts Experte kann ich auch vergessen Das war nicht die Maschinen Das hier möchte ich haben Hm Wie schamlos mich die Das ist unglaublich Das hat überhaupt kein Gewissender Mensch Das ist unglaublich Ich sehe schon Stufe 3 Ging das irgendwo Hm Nee So gar nicht Ich sehe schon da schlecht Das ist überhaupt NzR Irgendwie ist ein hartziger Lumpe in dem Video Okay Wir können aber diese Ding hier noch mal aufbauen Und wenn ich da noch irgendwas hinzu Kippen wir das noch auf Das wird schwierig Ich wollte mit Stufe 3 Ich habe auch nichts mit Stufe 3 Und wer ist schuld Delphino So langsam echt schwierig Hier noch die Überblick zu behalten Die ich von Anfang an nicht hatte Ich mache Gewinn Der immer kleiner wird Was soll denn das Oh klar Kann ich nicht bezahlen Aber ja Soll ich die mal alle durch Salben mischen Ich kann die nicht alle durch Salben mischen Setzen Weil ich so klug war Das alles an ein Ding zu stopfen Sehr gut Außer das da Ich mache mal Salbe drauf Das kann keine Salbe werden Weil ich ein Idiot bin Sehr gut Wenn das da Könnte dann eine Salbe werden Braucht das eine Salbe? Ne Keine Nebenwirkungen Bauer man Achso das wirst du ja spielen Wenn wir dann irgendwann mal EU4 Runde machen Wenn die jetzige Irgendwann mal vorbei ist Ne Wolltest du doch gar nicht Pommeln spielen oder? Wolltest du nicht Polen spielen? Schon wieder der PC Delfino gelogen Unglaublich Oh Gott noch vier Jahre Ich habe glaube ich die Hälfte des Weges geschafft Das wäre jetzt auch schon massiv runtergegangen Heilungswert eh Die Mutter hat Heilungswert eh Das Verhütungsmittel kommt gut an Ich sollte auch die Verhütungsmittel aufbauen glaube ich Ja das Verhütungsmittel Was haben wir denn da bei diesen Verhütungsmitteln? Gucken wir mal Wo sind das Verhütungsmittel? So das muss erst mal um Drei hoch Und dann noch mal um eins Und dann muss daaaas So wenn ich hier alles Ne shit Das will ich wieder nicht so wie ich will Und wer ist schuld dass Delfine nicht spielt? Delfinio Sagen wir man kann ihm praktisch immer die Schuld geben So da brauche ich so ein Dreier Dreier? Habe ich schon drei? Habe ich schon ein Dreier? Ich habe sogar schon ein Dreier Ja gell? Solide Ähm Kriege ich das so angeordnet? Ne Ne Gut ähm Dann mixen wir das einfach nur So So Wird das korrekt gemixt? Das wird sogar korrekt gemixt Aber das ist nicht stark genug Die müssen auch noch hoch Und so wieviel mindestens auf 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 Sitzern Neeee Ah, jetzt mach ich den schon wieder Scheuze mach ich. Wer ist schuld? ja das wird auch wahrscheinlich nicht so schnell passieren nicht mal eu4 ist fertig und dann wollten wir mit peter eu4 spielen wollten wir das nicht irgendwie so machen jetzt muss ich das nochmal durch den Atomato jagen jetzt spiele ich dann so süß einfach mal alleine nein so möchte ich tun 13 mal gucken ich schätze jetzt muss es noch einmal runter scheiße perfekt gebaut die perfektion mit der ich hier baue das ist nicht zu beschreiben ich nehme hier noch nicht dass es dann regnet hier noch nicht her ich nehme 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 hier noch nicht her